Herzlich Willkommen bei Balcony TV Vienna, mein Name ist Mua James und ich habe heute die Ehre einer der bekanntesten und auch talentiertesten Fingerstyle-Gitarristen Österreichs hier begrüßt zu dürfen, Markus Schlesinger. Hallo, danke für die Einladung. Schön, dass du da bist. Was willst du heute für uns spielen? Ich will eine Eigenkomposition von meinem neuesten Album und die heißt Waiting For. Schön, take it away. Ich will eine Eigenkomposition von meinem neuesten Album und die heißt Waiting For. Ich will eine Eigenkomposition von meinem neuesten Album und die heißt Waiting For. Ich will eine Eigenkomposition von meinem neuesten Album und die heißt Waiting For. Auf Wiedersehen. Ich will eine Eigenkomposition von Ralphinnen und speculateieren Sie Montage. Musik Wunderbar, vielen Dank. Der Song heißt Waiting For, ist von deinem vierten Soloalbum. Darf ich fragen, auf was hier gewartet wird? Der Song ist grundsätzlich für alle geschrieben, die auf irgendwas warten. Sei es der große Lottogewinn, die Liebe ihres Lebens oder auch ein besseres Fernsehprogramm. Hervorragend. Ja, und dein Studioalbum heißt Stories To Be Told. Ist gerade frisch gepresst, Ende April habe ich herausgekommen. Welche Geschichten erzählst du denn darauf? Also grundsätzlich will ich da nicht vorgreifen und nicht zu viel verraten, aber es sind Geschichten aus dem Alltag eines Musikers, beziehungsweise aus meinem Alltag der letzten zwei Jahre, die sich dann irgendwie songs transformiert haben. Und wo bekommt man das Album zu kaufen? Wo kann man es sich downloaden? Man kann es sich downloaden oder in physischer Ausführung auf meiner Website www.fingerpicking.at kaufen. Super, also das Album schon gleich mal runterladen, würde ich vorschlagen, oder eben auch kaufen. Du bist seit zehn Jahren schon in der Weltgeschichte unterwegs, als Künstler im In- und Ausland. Wo wird sich denn das nächste Mal in Österreich live zu hören geben? Also da jetzt in Wien wahrscheinlich das nächste Mal, und zwar am 6.8. im Bug im Rahmen eines Platzkonzertes um 20.30 Uhr und da ist es auch noch zusätzlich frei. Sehr cool, und das ist dann Open Air? Ja, also Open Air ist es draußen, wenn es Schönwetter ist, ist das alles eine ziemlich coole Sache und wenn nicht, wird es nach drinnen verlinkt. Sehr gemütlich, sehr gemütlich, also gleich mal vormarken. Ich sage herzlichen Dank für deinen Besuch, schön, dass du da warst, und ja, wir sehen uns demnächst wieder. Danke vielmals, dass ich da sein wollte. Das war's von Balcony TV Vienna. Tunt wieder rein nächste Woche. Untertitelung des ZDF für funk, 2017